Willkommen zurück meine Freunde, es geht weiter mit Resident Evil 7 im letzten Part, äh Resident Evil 7 sag ich schon, Resident Evil 2 natürlich, Resident Evil 2 im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und ich möchte jetzt eigentlich da raus gehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Dudes hier töten kann, weil theoretischerweise müsste das ja eigentlich der Ausweg sein, aber dass die wirklich so lange überleben, ich find das schon krass, weil ich muss ja eigentlich raus, aber was anderes kann ich ja nicht mehr machen. Ich war jetzt eigentlich in jedem Raum und da gibt's einfach nichts, so stirb, lebst du noch? Natürlich lebt er noch, natürlich Leute, natürlich, er steht einfach wieder auf und bam, nochmal in den Hinterkopf und nochmal in den Hinterkopf und dann müsste das gewesen sein, so, aber da komm ich trotzdem nicht raus, ich hab sie getötet, aber komm nicht raus, das ist blöd, das ist blöd, also die hatte ich mir ein bisschen besser erhofft, aber mir liegt irgendwie noch die Sorge, dass hier drin irgendwie die Lösung ist. Weil ich könnte, glaub ich, das Tor öffnen, nur wie? Es gibt ja auch, ja doch, da gibt's einen Sicherungskasten, aber der bringt mir nichts, vor allem ich hab nur eine lame Batterie, also ich weiß nicht, was die mir bringen soll. Was soll ich denn mit einer Batterie aktivieren? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, keine Ahnung, aber gab's hier nicht nochmal einen Raum? Also hier waren die Toiletten, okay, vielleicht gibt's ja hier noch irgendwas brauchbares, vielleicht hab ich hier irgendwas wieder übersehen, also ihr kennt mich ja mittlerweile, ich bin eigentlich, was das angeht, wirklich sehr blind. Ich komm da immer erst zum Schluss drauf und wenn das so weiter geht, beziehungsweise wir noch länger hier in der Polizeistation rumeiern, dann ist es natürlich nicht gut und ich dachte, ich kann diesen Schrank eröffnen mit meinem Messer, aber so wie's aussieht, kann ich das nicht. So, da können wir noch rein, aber hier gab's doch auch nichts, oder? Moment, kann ich da was öffnen? Nein, kann ich nicht, kann ich nicht, aber diese Kamera erscheint mir auch ganz komisch. Die erscheint mir wirklich ganz, ganz komisch. Nee, aber hier kann ich nichts mehr machen, es geht ja nichts mehr, hier wird ja auch gar nichts angezeigt, dass ich hier was machen kann. Vor allem, was war das hier? Weil es hier so eine Art, ähm, ja, Konferenzraum oder Lagebesprechungsraum oder sonst irgendwas, also irgendwas wird schon gewesen sein. Und dann gehen wir einfach mal nochmal in den Raum. Weil ansonsten, was haben wir hier? Ah, nochmal Bretter, okay. Ja, perfekt. Perfekt, dann können wir wenigstens hinten mal die, äh, das Fenster schließen, bei dem wir gerade waren. Und ich brauch trotzdem unbedingt grünes Kraut, Leute, ich bin so verletzt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen soll. So, da kann ich reingehen, okay, da war ich ja schon. So, und dann bitte einmal die Fenster verbarrikadieren. Sehr schön. Gut. Jetzt sollte normalerweise kein Zombie mehr eigentlich hier reinkommen, es sei denn, er ist noch da. Kann ja möglich sein, kann ja möglich sein, dass ich irgendeinen übersehen habe, aber ansonsten müsste hier eigentlich alles im Reinen sein. Okay. Haben wir erst das unten rechts gemacht. War ich hier schon? Ja. Da waren wir schon. So, hier ist die Polizeistatue, die mir aber eigentlich nichts bringt. Ich bräuchte eigentlich nur, entweder den Code für den Safe, oder irgendwas... Als ob. Als ob. Als ob. Stirb. Stirb, 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 stirb. Oh, geht, da... Als ob. Da kriegst du eine Granate in die Fresse, bitteschön. Perfekt, perfekt. Aber die Blendgranate bringt doch was. Die bringt ja doch was, habe ich gar nicht gewusst. Guten Appetit. Ja, bitteschön. Bitteschön. Bist du jetzt tot? Ich hoffe. Oder lebt der noch? Ach Gott, ich habe so Angst. Ich habe so Angst, dass die hier mal alle überleben. Auch wenn ich die abböller oder irgendwie sowas, dann... Ich habe trotzdem immer mal Angst, dass die trotzdem überleben. So, was hast du noch? Gar nichts mehr. So, da bräuchte ich eigentlich auch ein Brett, aber ich habe leider keins mehr übrig. Schade. Oh mein Gott, als ob. Klar doch, klar doch. Willst du ein bisschen Schrotmunition? Bam. Hm, hm, hm. Ja, die kommen ja trotzdem hier rein. Ist ja auch irgendwie logisch, weil die Fenster sind offen. Ja, klar. Hm, 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 hm. Kommt schon der nächste. Kommt schon der nächste. So. Oh, 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 oh. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Bam. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich hätte mir, glaube ich, meine Bretter aufsparen sollen. Ja, klar. Ist logisch. So, stirb. Okay. Haben wir noch Schrotmunition? Nein, haben wir nicht. Und da hinten ist noch mal ein Fenster auf. Hey, das gibt es doch gar nicht. Wie viele Fenster sind denn hier offen? Das darf doch gar nicht wahr sein. Vor allem, wo kommen die denn alle her? Ist hier irgendwo ein Nest oder sowas? Oder wollen die einfach nur, dass ich sie umbringe? So, stirb. Nochmal. Äh, lebst du noch? Ja. Ja, sie lebt noch. Aber was hätte ich denn jetzt gemacht, wenn ich kein Schießpulver mehr gehabt hätte? Ich glaube, dann wäre ich ziemlich aufgeschmissen gewesen. Und der lebt auch noch. Was? Ich habe dem so krass mit einer Schrotflinte eins über die Rübe geballert. Und dann leben die trotzdem noch. What the fuck? Und die lebt auch noch? Hey, komm, stirb jetzt endlich. Komm, stirb. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Ich möchte hier eigentlich raus. Aus der Polizeistation. Oh mein Gott, die lebt immer noch. Was? Okay. Okay, ich glaube, in diesen Raum werde ich nicht mehr reingehen. Ne. Ich glaube, da in dem Durchgang, da habe ich, glaube ich, nichts mehr zu suchen. Weil ich bin sowieso angeschlagen und habe eh keine Munition mehr. Deswegen, äh, werden wir das, glaube ich, unterlassen. Also da habe ich, glaube ich, nichts mehr zu suchen. So. Da könnten wir rüber. Da waren wir ja schon mal. Aber was ist denn hier hinten? Da ist die Tür zu. Logisch. Aber okay. Okay, okay. Die können wir öffnen. Die können wir öffnen. Wenigstens etwas. Gut. Hätten wir das zumindest gefunden. So, was gibt es hier? Ein Elektronikgerät. Was zum Teufel kann ich denn damit machen? Okay. Ein Elektronikgerät. Lockerroom. Cap. Hm. Könnte mir jetzt was sagen, aber könnte mir auch nichts sagen. Also ich bin jetzt da echt... Ja, ein bisschen, ein bisschen sprachlos. Cap. Also muss es irgendwie in einem verschließten Raum oder in einem verschlossenen Raum, muss das Passwort Cap sein. Na toll. So, das kann ich öffnen. Was haben wir hier? Nochmal eine Blendgranate. Okay. Nehmen wir die Blendgranate. Und dann können wir das öffnen. Und dann kommen wir wo raus? Okay, dann kommen wir hier raus. Da, wo das Fenster ist. Na gut. Na gut. Und da komme ich nicht weiter. Ne, da fehlt mir der Schlüssel. Super. Lockerroom. Lockerroom heißt doch Ankleidezimmer, oder? Heißt das nicht Ankleidezimmer? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. So, hier können wir auf jeden Fall nichts machen. Elektronikgerät. Aber gut, für was ist das gut? Könnte höchstens sein für den PC, aber... Ansonsten... Ja, ich sollte mir eigentlich mal merken, wo zum Teufel das alles hier ist. Lockerroom. Moment, Moment. War das nicht oben? War das nicht oben? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. So, wir speichern das Ganze auf jeden Fall mal ab. Damit das Ganze zumindest mal eine kleine Safe Position hat. So, da können wir das Licht anmachen. Wieso ist das Licht überhaupt aus? Was haben wir denn hier? Film ist Beweismaterial. Nicht liegen lassen. Ja, super. Okay, ich habe keinen Film mehr. Einen Film habe ich entwickeln lassen. Und der hat diese komische Statue gezeigt. Aber ansonsten... Gab die eigentlich nicht viel her. Und das kann ich auch nicht öffnen, oder? Weil da gibt es bestimmt wahrscheinlich so viel Munition, wo ich mir denke, okay, die könnte ich gut gebrauchen. So, ein Holzbrett hätten wir ja jetzt wieder. Wir könnten sogar eins von diesen Fenstern zumachen, aber... Ich möchte da eigentlich ungern jetzt wieder rein. So, Lockerroom. Okay. Cap. Cap. Okay, versuchen wir es. Versuchen wir es. Mal schauen, ob es das gibt. Ich hoffe, ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus, meine Freunde. Jawoll. Und so ist es auch. So, und was haben wir da drin? Flintenmunition. Ja, super. Super. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, aber... Okay. Okay, wieso nicht? Wieso nicht? Jetzt muss ich nur den Raum wieder mit dem PC finden. Weil mit diesem Elektronikgerät können wir, glaube ich, sonst nichts anderes machen. Weil das Elektronikgerät kann ich, glaube ich, schlecht irgendwo anders anbringen. Mir fehlt übrigens immer noch dieser verdutzte, verdammte Stab. Also, mit dem ich die Wand da bewegen kann. Der fehlt mir immer noch. So, Moment, Moment. Nein, das funktioniert nicht. Ein mittelgroßes Elektronikgerät. Aber was soll ich denn damit anstellen? Was soll ich denn damit anstellen, Leute? Ich komme da irgendwie nicht auf die Lösung. Ich komme da nicht drauf. Auf jeden Fall ist hier der Raum mit dem PC, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Sonst irgendwas, was ich übersehen habe? Hm. Irgendwas vielleicht hier? Nö, gibt es natürlich auch wieder nichts. Ja, das ist echt ätzend. Das ist ja ätzend. Na gut, na gut. Dann versuchen wir einfach mal mit diesem Elektronikgerät hier irgendwas machen zu können. Ich weiß zwar nicht was und wieso. Aber die Tür kriegen wir auch nicht auf. Dafür brauchen wir nochmal einen Schlüssel. Ne, und da können wir auch nichts machen. Habe ich irgendwo was Elektronisches gebraucht? Habe ich das gebraucht oder nicht? Weil ich weiß es nicht mehr. Wir sind jetzt wirklich schon sehr, sehr lange hier in dieser verdammten Polizeistation. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich mit diesem Elektronikgerät machen soll. Vielleicht für irgendeinen Ausgang? Oder für irgendeinen Eingang? Weil ansonsten fehlt mir ja immer noch der Schlüssel. Der Schlüssel fehlt ja. Also wir haben ja einen Schlüssel, aber der passt nicht. Ansonsten vielleicht irgendwo unten was am PC? Eventuell, dass es da irgendwas bringt, aber ich glaube eher nicht, oder? Nö, da ist die Schreibmaschine. Ja gut, und das war's. Das war's. Waren wir oben auf der rechten Seite? Ich glaube, ja. Also ich glaube, ich habe jetzt zumindest zweimal schon alles abgesucht. Aber irgendwie gibt es nichts mehr. Es gibt nichts mehr. Bis auf den einen Beweis, wo wir jetzt hatten, wo wir den Code bekommen haben, haben wir bisher eigentlich nichts erreicht in zwei Parts. Und das finde ich halt irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen traurig. So, da ist ein PC. Können wir mit dem was machen? Nö. Können wir natürlich nicht. War ja klar. War ja klar. Also mit dem Dosenautomaten können wir auch nichts machen. Und da kommen wir, glaube ich, wieder nur hinten raus, oder? Ja. Da kommen wir nur hinten raus. So, kann ich hier rein? Ja, da ist schon wieder diese dusselige Statue. Aber ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Ich nehme jetzt einfach mal den Arm mit. Ähm, eventuell wird mir der ja irgendwo anders was bringen. Aber so? Keine Chance. Keine Chance. So, was gab es denn links? Ach hier, okay, 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 okay. Kann ich das vielleicht da benutzen? Nein, kann ich auch nicht. Da brauche ich eine Kurbel. Ich brauche so eine blöde Kurbel, aber wo finde ich denn die? Wo zum Teil finde ich die? Die muss doch hier irgendwo sein. Es kann doch nicht sein, dass wir hier jetzt so lange rum, äh, wandeln und rummachen. Und es dann doch nichts irgendwie gibt. Vor allem denke ich mir halt immer, dass ich irgendwie nach draußen komme. Aber ich komme ja gar nicht raus. So, da gibt es auch nichts. Außer irgendwelche brennenden, äh, Sachen. Moment, gab es da Kraut? Ja, dann gab es grünes Kraut. Aber irgendwas muss ich jetzt wegwerfen. Was ist das eigentlich mit dem roten Buch? Was hat es mit dem roten Buch auf sich? Moment, Moment, schauen wir uns das mal an. Untersuchen. Ein Plastikteil in Form eines Buches sieht aus, als wäre es von einer Hand gehalten worden. Was? Ne, ne, oder? Ne, m-m, m-m, bitte nicht. Bitte nicht. Also wenn ich das jetzt nicht untersucht hätte, würde ich das, glaube ich, gar nicht wissen. Ich denke, wir müssen das, wir müssen das Buch in die Hand reintun. So, den Arm nehmen wir, tun wir mal wieder ablegen. Und dann benutzen wir das Buch. Okay, linker Arm mit Buch. Ja, bitte einmal ran. So, und es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert, aber was passiert jetzt? Als ob man das wirklich untersuchen muss. Was habe ich denn jetzt bekommen? Einen Stab. Ein Zepter. Okay, ein Zepter. Hm, sagt mir jetzt persönlich nicht viel. Aber eventuell könnten wir ja mit dem Zepter dieses Ding hier drehen, oder? Moment. Nein, 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 das Zepter können wir für das Ding benutzen, oder? Für den, für den Buch, für den, äh, für die Bücherei. Hey, ist es nicht so? Ja, toll, und wo war die Bücherei? Die war, glaube ich, hinten auf der anderen Seite. Ah, ich glaube, das müsste funktionieren. Also, wenn das jetzt nicht klappt, Leute, dann, äh, weiß ich auch nicht. Also, dann irre ich mich wirklich ganz gewaltig. Und, äh, wir müssen mal ein erstes Wort miteinander reden. Weil so kann dieses Let's Play wirklich irgendein, äh, nie irgendwann enden. Weil wir ständig hier in dieser dusseligen Polizeistation rumlaufen. Und, das war doch hier irgendwo, oder? War das hier? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Okay. Werden wir es mal versuchen, ob das funktioniert oder nicht. Aber, Freunde, ich würde sagen, das sehen wir erst im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gaming Dan und Tschüssi!